Noch nie gehört. Noch nie da gewesen. Jetzt neuer Innovativ, dieser Witz. Einmal hier rum. In die Kurve fliegen mit dem Bus. Ja, ich fahre mal anständiger. Ja, ein bisschen vielleicht. Wenn wir mit dem Bus mal wieder fahren, der vielleicht ein bisschen sich anständiger fahren lässt hier, weil der kleinen CD, das fährt sich ja wie so ein Ding. Also fährt sich recht seltsam. Also diese Eigenmarkenbusse und der 263, die fahren sich, finde ich, wesentlich angenehmer als das komische Schiff hier. Wollte ich schon mal angemerkt haben. So, hoi. Komm mal geradeaus. Was? Oh, ja, mit diesem Staubsauger-Roboter. Genau, die sind voll laut auch. Also die, boah, und die können so ein Erdbeben verursachen. Das ist also echt heftig. Von denen würde ich mich echt in Acht nehmen. Also die sind, mit denen ist es nicht so Spaß, aber sowas von gar nicht. Die sind echt nicht mehr lustig. Also da kannst du, hm. Wenn du die einmal im Haus hast, du kriegst du auch nicht wieder raus. Die sind wie ungeziefer, die Dinger. Ja, und immer vor dir ab. So, du darfst nicht rüber. Dankeschön. Hat er verstanden. So, hui. Bleiben wir mal auf der Spur. Vielleicht können wir ein bisschen schneller beschleunigen. Ne, können wir nicht. Ich fahr mal wieder rüber. Wobei, da vorne ist... ...auf der anderen Spur verkehrt. Jetzt ist es gerade eh rot. Oh, ja, gut. Ja, genau. Probleme, die die Welt heutzutage hat. Ich kann mir aber echt noch vorstellen, dass die hier irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Foren durchkramt haben und sich dann überlegt haben, was die Leute denn so quatschen könnten. Weil das ist bestimmt keine Gespräche aus dem realen Bus, das sind dann eher solche Foren, in denen dann, keine Ahnung, ähm... Ah, ist doch rot, ja. Ups. In denen so ganz lebenswichtige, äh, Dinge da ausgetauscht werden. Ich glaube, ich muss da rüber, gell? Jipp, weil die andere Spur geht links, was man natürlich nicht in der Straßenmarkierung sieht, aber... Aber so ist es. So, warte mal, da geht's gerade aus. Da, so. Da geht's doch gerade aus, ne? Ich muss ein bisschen hier gucken, so nach... Da ist gerade aus. Mehr oder weniger. Mit Umdrehung, damit dir jeder Motor sowas von in die Ohren fliegen, aber es ist so. Ja, du kannst schön pfeifen, machst du super. So, was macht ihr da vorne? Langsamfahrparty. Okay. Mach ich mit. Bleib sogar stehen. Hoho, ich treib's auf die Spitze mit der Langsamfahrparty. Die sagen, guten Tag, alle mal rein hier. Hallo, alle mal rein, alle mal rein hier. Alle mal einsteigen, mal dabei sein hier. Gar gerne Fahrschein, das trifft sich ganz gut. Da vorne ist die Ampel rot, jetzt hätte ich einmal Zeit gehabt, aber nö. So ist es halt, was willst du machen? Das mit der Drehzahl ist echt heftig, guck da mal. Boah. Ich hab, ja, hab ich noch nie bemerkt, gell? Alles ist ja voll neu und so, hm? Aber ich halt, ja. Nächster Halt, bitte. Aber eigentlich, so wie wir die Dinge angelegt haben, sollten jetzt ja größtenteils nur noch Leute aussteigen, weil das ist ja eigentlich ein Shuttle. Vom Einkaufszentrum, äh, zum, hier Suburban District, ne? Von dem her ist es ja eigentlich... Sollte gar nicht mehr so viel hier los sein. So, kommt's ja ganz kurz rein hier. Bisschen schnell hier einmal, dankeschön. Einmal ein bisschen einsteigen hier, dankeschön. Hallo, einmal rein hier. Guten Tag, hallo, hallo, guten Tag. So, alle drin. Einmal links. Das... Ihr seid mal mit Dreckes. Ich fahr mal, ne? Weißt du, jetzt einer von... Boah, ich hab jetzt schon wieder gedacht, da wäre irgendjemand, äh, nicht reingelaufen. Aber es war nur der Typ. Wenn nämlich einer von denen losläuft, da an dem Fußgeberweg, dann, dann kommen wir nicht mehr fort hier. Das ist... Ja, kommen sie nicht mehr weiter. Wir wollen nur ein bisschen was schaffen heute, gell? Wir wollen auch die zweite Linie nochmal geplant bekommen und die hier werde ich vielleicht mal, wenn ich... Da muss ich aber sehr viel Muse dazu haben. Jetzt muss ich die hier nochmal abfragen, gell, wegen fünf Sterne und so. Wenn ich dazu nochmal irgendwann Lust habe, das ist natürlich eine andere Frage. So, kommt es einer mal rein hier. Guten Tag, hallo. Hallo, guten Tag. Geben sie mir bitte. Ja, es ist ja... Ist aber auch so freundlich hier. Das ist... Das macht ja... Macht ja richtig... Spaß. So. Möchte ich hier noch mit? Ich glaub nicht, gell? Ne. Ja, der Typ, der fährt voll Kacke, gell? Ich bin doch kein Meter gefahren. Aber höre, der Typ fährt scheiße. Weil... Es ist ein Busfahrer. Ja, die fahren immer scheiße. Genau. Die sind so... Die sind so lieb zu mir. Nicht. So. Kreuzung frei halten. Äh, nö. Passt doch. Das klingt... Aber kein Rot. Okay. Ja, okay. Und dann wir zählen uns hierhin. Wir drehen ein bisschen Däumchen. Und wir warten, bis irgendwann irgendwas passiert. Und ich werde fertig hier, ne? Und wenn nix wird fertig, dann wir habe halt... Dann wir müssen halt ein bisschen Zeit mitbringen und gucken, wann was passiert. So, einmal weiter hier. Dankeschön. Weiter hier, weiter hier, weiter hier. Das grün, das grün. Ich bin links der Bieger. Wenn überhaupt, dann habe ich das Recht, hier irgendwie Leute zu behindern. Ihr nicht. Ach ja, es ist aber 50. Dürfen wir hier. Und dann einmal da vorne. Einmal noch hier an der Pauluskirche halten. Zack. Ich bezweifle mal, dass wir unsere drei ganz bösen Fehlverhalten, die wir haben... Äh, dass wir die jetzt irgendwie mit dem ganzen Tollen, was wir hier gemacht haben, dass wir die irgendwie wieder kompensiert kriegen. Das glaube ich irgendwie nicht. So haben wir alle da drin. Ja, sollten wir. Von dem her dürfen wir das irgendwann nochmal fahren müssen, das Ding hier. Naja, macht ja Spaß. Ich spüre schon den Spaß, den ich dabei haben werde. Nächster Halt, St. Martinstraße, West. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habsieligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Bitte überlassen Sie Behindertensitzplätze, wenn Sie von behinderten Personen benötigt werden. Ihr wisst dann schon, dass man in dem Fall Behinderten und Sitzplätze auseinanderschreibt, aber... Vor allem macht das, die Durchsage macht jetzt sehr viel Sinn. Nein, macht sie nicht! Aber ist okay. Vor allem bei diesen, naja, astronomisch niedrigen Füllraten hier in den Bussen generell so, äh... Das ist generell so eine Frage des Sins hier mit diesen, ähm... Sitzplatzdurchsagen. Aber hey. Sehr, zack. Bitte warten Sie einen Moment. Äh, Ihre Ampel wird irgendwann mal auf grün geschaltet werden. Dankeschön. Einmal weiter hier so. Du kommst immer aus dem Quark da vorne. Da kommst du jetzt nicht schneller aus dem Quark. Gut, ich hab auch die Überdrehzahl des Todes auf Doom, aber die hast du nicht. Aber so ist es halt. So, dann stellen wir uns da gerade einmal hin. Zack, die Du-Null-Null haben wir so. Jetzt bin ich mal gespannt. Also fünf Sterne bekommen wir auf keinen Fall hin, aber so ist es halt, ne? Ja, vier Sterne oder so. Ja, knapp. Ja, das ist wieder assi. Das finde ich jetzt wieder echt assi. Ja, ja, bla, bla. Haben wir jetzt eigentlich Fahrt immer einstellen können? Nö. Nix Bewerbung. So, dann ist halt, das war halt mal anders. 41 Busse, kriegst du 30.000. Naja, vielleicht irgendwann mal. Bin ich los, ob noch einen Bus zu kaufen. Ah, das pisst mich jetzt ein bisschen an. Egal. Residential District. Ähm. Welcher von euch ist der Residential District? Das bist du hier, gell? Können wir doch eigentlich ganz geschickt, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf machen, oder? Und dann hinter. Erstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einkaufszentrum. Naja, noch nicht. Erstmal ganz kurz gucken. Äh, bitte, 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 bitte. Hm. Ich bin jetzt in den Rückroute befahren. Die fünf Haltestellen im Suburban District. Mit dem Einkaufszentrum verbindet. Muss ich die erstmal zuweisen und dann hin und Rückroute? Ich weiß es doch nicht. Erstmal gucken wir uns die hier mal ganz kurz an. Da steht nämlich nichts von fünf, äh, Dingern da. So, haben wir denn noch irgendwelche freien? Ach, ich kann die direkt abziehen. Okay. Dann kriege ich den Ding. Okay, ich muss ja gar keine fünf Sterne haben. Ist ja schick. Das macht ja Spaß. So, die 24. So, ich kann dich natürlich noch niemanden zu... Doch, kann ich sogar schon. Okay. Wenn ich jetzt da den Haken reinmache bei... Hin und Rückroute. Naja, okay. Dann fahren wir wieder hier immer NNL und dann fahren wir mal die Route auch mal hier. Komm. Äh, Baustellen. Äh, nein, das ist nicht gut, weil ich muss im Prinzip wirklich genau diese Route fahren. Äh, bitte, bitte, bitte. Aktuelle Fahrt abbrechen. Ich muss nämlich wirklich ganz genau diese Route fahren, ne? Sonst kriege ich da wahrscheinlich keine Punkte für. Und das ist nicht gut, ne? Machen wir mal so hier. So, NL, schneller starten. Keine Strecke brauchen wir nicht. Dann werden wir fahren jetzt also hier eine Rückroute ohne Problem. Was ist denn da vorne, bitteschön? Ich weiß es nicht. So, das auf jeden Fall war unser Bus für heute. Hier ist so pissiges Wetter. Ich mag das nicht. Ich mag dieses Art von Wetter nicht. Was ist das für eins Wetter? Alter, ich weiß es nicht. So. Gucken wir uns mal ganz kurz unseren Bus an. Also das ist der nette Kollege, den wir heute haben. Der ist auch so komisch beleuchtet irgendwie. Ich weiß es nicht. Wie war es das? Das ist das Bus, ne? Das ist unser heutiger Bus. Dieser, wie gesagt, ganz schöne Bus. Gefährt mir eigentlich ganz guter Bus. Ja, ja, ist doch alles gut. Okay, das ist alles gut. Ich stehe nur hier. Ich bin Busfahrer. Ich darf das. Ich darf gerade so den Bus rumlaufen. Bus ein bisschen angucken hier. Ich darf das. Ich bin Busfahrer. Merk das. Ich darf auch an der Decke schweben. Das darf ich auch. Ich bin Busfahrer. So, einsteigen. Zumachen. Achso, Nili war gar nicht drin. Das ist eigentlich alles für Blinkerzeug drin. So, wir müssen das hier nochmal ausmachen. So. Oh, links, gell? Ja, man sieht so viel. Ist ja super. Da vorne ist Kartenende. Schick, schick. So, wir blinken wieder mit dem Retarderhebel. So wie das jeder gute Busfahrer tut. Mach dir doch auch immer so. Komm. Mach dir doch auch so. Das ist ja alles... Wäre eine Lüge, wenn es nicht so wäre. So. Hui. Jetzt kommen wir hier ein bisschen... Können wir ein bisschen besser fahren, gell? So. Klappt das schon ein bisschen besser von der Physik hier. So. Erster Halt. Gleich mit Stationsansage, weil die ist wichtig. So. Neues zu Hause. Einmal rein hier, bitte. Einmal einsteigen. Zweimal nochmal. Gleich mal reindrängen mit dem Fahrschein. Also die anderen nicht einsteigen. Kleiner haben sie es auch nicht. Nächster bitte. Hallo. Guten Tag. Ich brauche eine Einzelfahrkarte. Ich gehe zur Schule. Wenn du mir nicht gleich den Schülerausweis zeigst, dann gehst du wirklich zur Schule. Was haben wir gelacht? Ich fand den gar nicht mal so unwitzig, wenn ich ehrlich bin. Der war gar nicht mal so schlecht. Komm. Sind wir mal ehrlich. Der war nicht so schlecht. Boah, der geht doch... Das war in voll die falsche Richtung. Autsch. Es tut ein bisschen weh, aber es ist halt so. Wenn man sieht, was man aus dem Bus eigentlich sonst noch alles machen kann, dann ist diese... Das ist hier echt ein bisschen traurig. Aber das liegt ja an der... An der Sibylle Endsinn. So ist das hart, ne? Was hat mir das zu tun? So. Da vorne, der nächste Halt. Und dann haben wir auch eigentlich einen gar nicht so allzu langen Teil. Den wir dann bis zum Einkaufszentrum fahren. Das heißt, das sollte irgendwie... Das sollte irgendwie passen. So, einmal rein hier. Also gleich. Jetzt. Aber hier. Wir haben... Das sind sogar zwei Dinge. Ihr könnt durch jeden Tourflügel einer einsteigen. Ach, Leute. Ne. Einmal war der Witz lustig. Genug. Das zweite Mal. Lassen wir dann bleiben. So. Ich weiß, die könnten auch irgendwie ganz... Wer der mit? Was rennt der dann? Idiot. So. Man sieht wieder nix. Das ist schick. So. Macht der Spaß. Nicht der Halt. Aha. Das ist nicht St. Paul. Das ist St. Andreas. Aha. Ja. Genau. Ne. Macht das kein Witz drüber, oder? Ne. Macht's kein Witz über St. Andreas. Nein. Wenn der kleine Andreas mal wieder auf Mallorca im Sommerurlaub ich und sich in seine Burg eingebuddelt hat, ist das dann St. Andreas? Ah, witzig, gell? Da war der mit der Ich-Geh-Zur-Schule immer ein bisschen witziger. Ja, okay. Aber kann ich alles haben. So. Einmal rein hier, bitte. Also gleich. Sehr. Zack. Schön und... Einmal tschüss. Bitte hinten aussteigen. Bitte hinten aussteigen. Klappt nicht, gell? Guten Tag. Hallo. Ja, das musst du tatsächlich, wenn du keine hast. Weil es zwingt dich keiner dazu. Du kannst auch gerne das Ticket für Schwarzfahrer nehmen. Kostet nur 60 Euro. Guten Tag. Ah, okay. Was wäre das denn für eine? Ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass du... Normalerweise läuft das doch alles über Kommunikation. Und dass die ganzen Menschen jeden hier noch irgendwie einmal Tageskarte einsprechen lassen. Oder so ist er eigentlich nicht so viel verlangt. Mein ich. Aber hey, so ist es ja anscheinend. Und ich finde es ganz cool, wenn man auch wirklich anhand von... Wenn man einfach nur anhand von Gespräch wie in Omni zum Beispiel erkennen könnte, dass der Fahrgast die und die Fahrkarte möchte. Aber was will ich erwarten? Ja, schon meckerst viel zu viel in dem Spiel rum. Ja, ist gut.